Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne, Mills? Mit ohne. Stefan, ich hab meinem Patenzwerg Emine Maljoscha gestern bei den Hausaufgaben geholfen. Jetzt schreibt er mir gerade, die drei Aggregatzustände von Wasser sind nicht still, Klassik und Medium. Und der Aggregatzustand seiner Tante als Hausaufgabenhilfe ist nicht flüssig, sondern überflüssig. Okay. Schon gut, Anke. Das ist nicht dein erster Schlag ins Wasser. Stefan, ich trinke ja am liebsten Klassik. Dann weißt du ja, wie ich mich fühle. Wie denn? Ich werde auch gerade voll geblubbert. Einmal die 4 und ein stilles Wasser. Stilles Wasser finde ich ja nicht so prickelnd. Verstehst du, Stefan? Prickeln? Ja, sehr lustig. Momentchen mal bitte. Stefan, was ich gestern beim Hausaufgaben machen gelernt habe, ist, dass jeder Liter Süßwasser im Schnitt schon dreimal getrunken wurde. Ja klar, schmiedt man ja an deinem Kaffee. Nicht lustig. Also das hessische Riet zwischen Rhein und Odenwald ist übrigens einer der größten Grundwasserspeicher Deutschlands. Ich mag mein Wasser trotzdem am liebsten mit Kohlensäure. Passt auch am besten zu dir. Ach ja? Es ist aufbrausend, sehr durchschaubar und geschmacklos. Macht 4329 Euro, sammeln Sie Hassjahrpunkte, haben Sie eine Quelle-Card oder sind Sie im Elisabeten-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Dankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App. überlassen Sie Mann. Steigmeh fief. Nicht SWIFT, di retreat. Bei Gott, ich Thereby bin bestellt. Der kam so, ich bin immer bestellt. Vielen Dank.